Was hätte aus ihr werden können? Konzertsäle in Paris, Prag und Moskau hätte sie als Pianistin füllen können, würde sie bald füllen, das prophezeit ihr Mann Paul, der jungen Marianne Löw. Er verspricht ihr ein Musikzimmer nur für dich und ihren Flügel im gemeinsamen Haus mit Garten. Eine strahlende Zukunft, in der sie bald die berühmtere von beiden sein würde. Dann kommt der Krieg und er ändert alles. Das ist die Ausgangslage in Letizia Lehnels Debütroman Eine liebe Frau, fast die gesamte Ausgangslage. Auch eine große Freundschaft zu einer anderen Künstlerin gehört dazu und was aus ihr geworden ist. Um die 50 Jahre und zwei Weltkriege später lässt Letizia Lehnel ihre Marianne an einem verregneten Tag durch London laufen und hier in der Fremde wird sie von Erinnerungen eingeholt. Von Erinnerungen an Szenen aus ihrem Leben, an Hoffnungen und Pläne und an Versprechen, die sie nicht nur sich selbst einmal gegeben hat. In wenigen Tagen wird eine liebe Frau im Buchhandel ankommen und wir haben Letizia Lehnel zu uns in den Bücherpodcast der FAZ eingeladen, um mit ihr über ihren Debütroman zu sprechen. Wir, das sind Maria Wiesner und Friedhoff Küchemann. Bevor wir unseren Gast willkommen heißen, noch kurz der Hinweis auf ein neues Literaturrätsel. Für Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wie immer nach dem Gespräch, wie immer von Tilman Spreekelsen, dazu die Lösung des Rätsels aus dem Mai 2024 und den Namen des Gewinners oder der Gewinnerin. Jetzt aber, liebe Letizia Lehnel, wie schön, dass Sie bei uns im Bücherpodcast sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Marianne lässt ja Anfang der 60er in London ihr Leben Revue passieren, wird so gezwungenermaßen darauf gestoßen durch eine Verwandte, Tegla, die sie nicht vergessen lässt, was sie eigentlich über ihrem Alltag sehr gut hatte vergessen können. Der Alltag war voller Aufgaben, Kindererziehung, Familie, eine alte Mutter, um die sie sich kümmern musste. Können Sie uns kurz beschreiben, wer Marianne eigentlich ist und warum sie nach London musste, um Rückschau zu halten? Ja, Marianne ist eine zu diesem Zeitpunkt 72-jährige Frau. Sie ist 1890 geboren und hat als junge Frau, Sie haben das schon in Ihrer Einleitung gesagt, von einer Karriere als Pianistin geträumt, hat dann 1914 geheiratet und ihr Mann ist am Ende des Ersten Weltkriegs gefallen. Sie wurde zur Witwe mit zwei Kindern, 1916 und 1917 geboren. Und Tegla, die sie nach London einlädt, ist die Cousine ihres gefallenen Mannes. Und 1963 sehen die beiden sich wieder und sprechen eben dort in London, in dem auch viel passiert ist an Debatten und so weiter, auch über die Vergangenheit. Und Marianne wehrt sich auch dagegen, aber zugleich bricht dabei auch viel dann heraus. Wir lernen Marianne kennen, wie sie eigentlich gerade vor Tegla flieht, wenn man das, vielleicht ist das ein bisschen stark gesagt, aber sie bricht zu einem Spaziergang auf, es erleichtert, dass Tegla nicht mitkommt, ihr Rheuma erlaubt es nicht, sagt sie. Und wird dann nicht nur von einem Regenschauerheim gesucht auf dem Weg, sondern eben von einer ganzen Reihe von Erinnerungen an ihre Kindheit, ihre Ehe, ihre Kinder. Dabei hat sie immerfort Schmerzen im Bauch. Ist der Rinn an eigentlich auch ein körperlicher Prozess? Ich glaube für sie ja. Sie empfindet das als schmerzhaft und genau, sie haben es gerade gesagt, sie ist froh und erleichtert, dass Tegla nicht mitkommt. Sie sagt, sie hätte es gar nicht mehr ausgehalten, jetzt noch einen weiteren Tag in ihrer Nähe, weil Tegla immer zu Fragen stellt. Und sie hat sehr schnell nach der Ankunft das Gefühl, dass diese Fragen eigentlich nur scheinbar von wirklicher Neugierde getragen sind und in Wirklichkeit Marianne auf was stoßen sollen, auch zu einer Umbewertung bringen sollen. Und das ärgert sie, also sie empfindet wirklich eine große Wut. Und es bringt eben viel hervor, das haben Sie gesagt, Frau Wiesner schon, mit dem sie sich gar nicht befassen wollte. Und diese Umbewertungen, die Tegla anregt, lassen einfach auch, hinterfragen sehr viel für Marianne. Also eine Debatte, die erwähnt wird, die für Tegla sehr wichtig ist in ihren Fragen, ist die Kriegsschulddebatte, die in den 60er Jahren debattiert wird in den Feuilletons, also ausgelöst von einem geschichtswissenschaftlichen Buch von Fritz Fischer. Und auch die verändert sehr viel, weil ihr Mann Paul ja voller Idealismus in diesen Krieg gezogen ist und diese Debatte jetzt plötzlich diesen Kriegseintritt, den ganzen Krieg eigentlich in neuem Licht erscheinen lässt. Den Ersten Weltkrieg. Den Ersten Weltkrieg, genau. Nicht mehr als Notwendigkeit und Schicksal, sondern, naja, als auch Kalkül von der deutschen Seite, bewusst provoziert und das ist jetzt nur ein Beispiel für diese vielfältigen, ja, Infragestellungen ihres Lebens mit all den Wendungen, die es genommen hat. Eine Sache, die dann so auftaucht aus dieser ganzen Rückschau, eine Figur, die auftaucht, ist Charlotte. Das war eine Freundin von Marianne, so die haben ihre Kindheit zusammen verbracht, hatten zunächst die gleichen Pläne, also beide wollten Künstlerin werden, nicht Hausfrau. Und Lotte ist dann auch Malerin geworden und Marianne eben nicht Pianistin, sondern hat Paul kennengelernt. Und Charlottes Idee blieb so ein Gegenentwurf eigentlich, ein Gegenlebensentwurf zu dem Leben, was Marianne dann eben geführt hat. Wo haben Sie denn diese Charlotte gefunden? Also die habe ich einerseits in den Quellen gefunden. Es gab also eine Freundin meiner Urgroßmutter, die da das Vorbild gegeben hat. Wir haben das noch gar nicht erwähnt. Und wir kommen darauf vielleicht noch zu sprechen, dass Marianne schon auch inspiriert ist von meiner Urgroßmutter Annemarie. Und andererseits sind in diese Figur aber auch andere Frankfurter Künstlerinnen aus der Zeit eingeflossen. Und dann ist sie, wie auch die Figur der Marianne, hat sie sich natürlich auch beim Schreiben entwickelt. Also das ist auch das, was ich beim Schreiben als großes Glück empfunden habe. Eben nicht auf die Quellen festgelegt zu sein und von denen auch mitunter beengt zu sein, sondern dass da auch ein Text einerseits seine eigene Berechtigung und sein eigenes Leben entwickeln kann, aber eben auch eine Figur zu atmen beginnt. Und so war es auch bei Lotte. Ich fand die Stelle ganz interessant, wo es heißt, Charlotte malte großformatige Bilder, die nur für sich stehen sollten. Ich war vor kurzem in Basel in einer Ausstellung, wo es um Frauen geht, die gemalt haben und in welchen Nischen die eigentlich probiert haben, so das Gleiche für sich zu beanspruchen wie die Männer, nämlich Raum für sich zu beanspruchen. Was ja auch in der Kunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer noch ein revolutionärer Akt war, zu sagen, ich male großformatig und nicht so kleine Stillleben von Apfeltellerchen. Ist Charlotte die Feministin der beiden Freundinnen gewesen? Vielleicht. Ich bin jetzt mit dem Begriff vorsichtig, weil der auch in unterschiedlichen Zeiten so unterschiedlich verwendet und verstanden wurde. Aber sie ist jedenfalls von sehr großer Willensstärke getragen in allem. Auch Wut. Ich habe ja schon das Gefühl der Wut für Marianne 1963 verwendet. Aber es ist bei ihr ein Gefühl, was wirklich erst in diesem Kontext in London herausbricht. Bei Lotte ist das anders. Also schon die beiden lernen sich 1907 in Langen in der Haushaltsschule, damals noch Haushaltungsschule genannt, kennen. Und Lotte ist von Anfang an eben von einer großen Wut und Willensstärke getragen, möchte das unbedingt machen. Das Malen ist es eben bei ihr, diesen künstlerischen Ausdruck finden, auch gegen den Willen der Familie. Und darin ist sie für Marianne von Anfang an ein Vorbild, aber mitunter auch ein schwieriges Vorbild, weil sie das eben auch als Druck spürt von der Freundin, dem sie nicht immer gerecht werden kann. Und es gibt ja auch eine ganze Reihe von Szenen, in denen sie sich dann regelrecht rechtfertigen muss vor Lotte für die Entwicklungsschritte, die sie, also zum Teil Entscheidungen, die sie getroffen hat in ihrem Leben. Manchmal sind es ja auch Schicksalsschläge gewesen, die Marianne dann hinnehmen musste und die letzten Endes zum Abweichen von dem Plan, der eben in Anteilen auch ein gemeinsames Versprechen oder ein gegenseitiges Versprechen war, abzuweichen. Ich habe mich gefragt, braucht es eine solche Erinnerung für Marianne, eine solche Erinnerung an ihre Freundinnen oder braucht es Erinnerungen an Freundinnen, um schließlich sich selbst dann zu emanzipieren? Ja, für Marianne spielt das eine ganz wichtige Rolle. Sie ist da in London konfrontiert mit dieser Erinnerung auf eine Art und Weise und in einer Intensität, wie sie es bisher nicht war in all den Jahren, seit sie Lotte zuletzt gesehen hat. Das war 1934, also es ist zu dem Zeitpunkt fast 30 Jahre her und durch diese Erinnerung wird sie auch konfrontiert eben mit den eigenen Wendungen des Lebens, aber eben auch doch auch Entscheidungen, die sie getroffen hat. Und diese Auseinandersetzung wird dann fast auch zu einem Gespräch mit Lotte. Ich weiß gar nicht, ob mich das sagen kann, aber dass die zu dem Zeitpunkt nicht mehr lebt, aber ich glaube, das kann ich schon sagen. Und in diesen Erinnerungen und auch in Mariannes Entwicklung, ja, lebt sie in gewisser Weise für Marianne auch wieder auf und spielt insofern eine ganz zentrale Rolle für sie, ja. Und es sind natürlich auch die anderen Frauen, die Marianne dort in London trifft, die, ja, sie mit einigem konfrontieren, mit dem sie selbst eigentlich nichts mehr, sich nicht mehr beschäftigen wollte. Sie sagten gerade schon so, präsent war Charlotte gar nicht mehr für Marianne gewesen. Sie kommt auch anfangs nur sehr selten vor. Sie taucht so im Hintergrund erst so ein bisschen auf, wird dann immer mehr in diesen Erinnerungen. Und ich fand ganz interessant, dass Charlotte dann so eine ganz eigene, kraftvolle Sprache kriegt. Also sie hat so schöne Zitate wie, ich male, weil ich nicht weiß, wohin sonst mit meinen Gefühlen. Oder es scheint, als ob die Liebe zu den Menschen, die wir als Kinder geliebt haben, so überwältigend bleibt, wie wir sie damals empfanden. Die Häuser wirken geschrumpft, wenn man in die Straßen der Kindheit zurückkehrt, die Liebe aber wächst mit. Und das ist so ein ganz anderer Ton, als den Marianne hat und als der, in dem Marianne erzählt. Ja, und ich habe mich gefragt, wie haben Sie den Ton für diese unterschiedlichen Frauen gefunden? Ja, ich möchte nicht so eine Erzählung vom Schreiben, die dann immer ein bisschen das mythisiert, jetzt dem folgen. Aber ich muss doch dann sagen, am Ende ist es ja dann was, was beim Schreiben passiert. Und es sind eben auch Dialoge und in diesen Dialogen nehmen dann die Figuren auch ihre Gestalt an. Und sie ist von Anfang an eben auch in dieser Wut und in dieser Willenskraft, die ich beschrieben habe, erstaunlich klarsichtig, eben auch im Vergleich zu den, jetzt gerade auch zu Marianne. Sie sieht auch sehr früh, Anfang der 30er Jahre, voraus, was kommen wird. Also sie kommt aus einer jüdischen Familie. Und Marianne und viele andere wollen das so nicht wahrhaben. Und ja, insofern ist dieser Ton, der zeichnet sie schon von Anfang an aus. Den würde sich Marianne so nicht zutrauen, nicht anmaßen. Und das Schöne aber an dieser Freundschaft ist, dass Lotte den durchaus Marianne auch anmaßen würde. Also sehr früh schenkt sie ihr ein Notizbuch, was dann auch wieder auftaucht, weil sie Marianne dazu ermuntern möchte, ihre klugen Gedanken aufzuschreiben. Also sie sieht in der Freundin durchaus das. Aber Marianne selbst tut sich schwer damit, sich selbst so wichtig zu nehmen, sich diesen Raum zu nehmen. Ich fand es ganz interessant, wie Lotte oder Charlotte im Buch eingeführt wird. Es gibt eine ganz kurze Erwähnung am Anfang, wenn ich jetzt nichts überlesen oder übersehen habe beim Nachblättern. Und dann gibt es diese Abendgesellschaft in London am Abend vor diesem Spaziergang. Und eine befreundete Malerin von Tekla erzählt von einer Reise ein paar Jahre zuvor, vier Jahre zuvor nach Mexiko, dass sie dort eine Lotte, nein eine Charlotte, für sie ist es Charlotte getroffen hätte, die eben geflohen war und in Mexiko aber nicht mehr großformatig und groß hat malen können. Nicht mehr, wenn man so sagen will, künstlerisch hat malen können. Sie hat dann für ornithologische Fachbücher, Vögel, Vogelfedern, Schwingen gemalt, der hiesigen Vogelwelt, der mexikanischen Vogelwelt, aber eben keine Künstlerin mehr sein können. Diese Frau ist gestorben, erzählt die Londoner Malerin. Es wird nicht ganz klar, vielleicht hat sie sich das Leben genommen. Es ist klar, dass es düstere letzte Jahre waren für sie. Marianne hört sich das alles an, geht dann, bevor sich die anderen Frauen verabschieden, ins Bett und hört dann vom Bett aus, wie sie sich verabschieden. Und dann wird ihr klar, dass Charlotte ihre Lotte sein musste. So heißt es, das sind die letzten Sätze eines Kapitels. Das ist total beiläufig, aber das ist ja eine ungeheure Erkenntnis. Was steckt dahinter? Das ist so beiläufig. Also das könnte ja so ein, also kein Madeleine-Moment oder sowas, aber das ist ja etwas, was tatsächlich Erinnerungen auslösen könnte, eine schlaflose Nacht nach sich hätte bringen können oder sowas. Und für sie, sie stellt das dann so fest, es fühlt sich beim Lesen an wie so ein Ah-Ja und nicht mehr. Warum nicht mehr? Also ich empfinde es schon als mehr, weil es eben ja dann sie den ganzen nächsten Tag über und vermutlich auch die Nacht vor dem Tag beschäftigt und nicht loslässt. Und diese Freundin ja eben auch wieder eine Wirklichkeit erhält in ihrer Erinnerung. Also die ist ja, als wäre sie dort für Marianne in der Erinnerung. Also er erhält einfach wieder eine ganz große Präsenz. Insofern empfinde ich es jetzt selbst nicht als beiläufig, aber es steht dafür, dass einerseits sie die Erinnerungen an Lotte weggeschoben hat. Das liegt an der Freundschaft und den Entwicklungen, die diese Freundschaft genommen hat, an den Infragestellungen durch Lotte, die sie empfunden hat und die sie geärgert haben und die sie von sich gewiesen hat. Aber es liegt auch daran, dass die Malerin Elisabeth, die in London eben von, ja, für sie Charlotte erzählt, dass die diese Frau ganz anders erlebt hat, als Marianne sie erlebt hat. Und es liegt einerseits an der anderen Ausgangslage. Es ist eben selber auch eine Malerin, die hat diesen Weg, ist diesen Weg gegangen. Insofern hat Lotte, es gibt da auch Ähnlichkeiten, aber sie hat schon eine andere, stellt eine andere Freundin für Elisabeth dar. Aber es liegt natürlich auch vor allem daran, dass dieses Leben, was Lotte oder Charlotte sich nach der Immigration aufgebaut hat, ein ganz anderes ist, als das, was sie davor hatte und dass sie diesen, das haben sie erwähnt, diesen Mut und diese Wut und das Raum füllende auch so nicht mehr hat und sich nicht mehr zugesteht. Und diese Mexiko-Orientierung, die war Marianne noch klar, aber der Kontakt ist mit der Immigration, mit der Flucht abgerissen. Genau. Es gibt bei der Abendgesellschaft, die Friedhoff jetzt gerade schon erwähnt hat, so einen Moment, da wird Marianne quasi gedrängt, ihre Geschichte zu erzählen von diesen anderen Frauen, die da sind. Und sie wird gefragt, was der Sinn ihres Lebens ist, worin der besteht und bei der Antwort errötet sie selbst und sagt Familie, Kinder und jetzt meine Enkel. Und die Malerin sagt darauf, ist das alles, was so eine sehr schmerzliche Szene eigentlich beim Lesen ist und die auch immer wieder sich wiederholt, auch gerade in der Beziehung zwischen Charlotte und Marianne. Beim Weiterlesen wird das dann auch immer größer, je mehr sie davon erzählt, was aus Mariannes Traum von der Konzertkarriere geworden ist, was von ihr geblieben ist, das baut sich so immer weiter auf, dieser Schmerz eigentlich. Warum reagiert Marianne auf diesen, also noch immer so beschämt auf diese Nachfrage sozusagen, nach dem, was sie ja eigentlich geschafft hat mit ihrem Leben? Also sie hat ja diese Dinge aufgebaut, sie erzählt ihr ja auch eigentlich ganz stolz, aber was ist das, was sie da immer noch beschämt, nachdem sie ja eigentlich über Jahrzehnte das als ihren Lebensinhalt definiert hat? Ja, das ist eine gute Frage. Insofern, als sie auch ja durchaus viel gemacht hat, sie hat auch die Familie durchgebracht, neben den vielfältigen Pflegeaufgaben, also eben die Kinder allein großzuziehen, hat sie sich auch um ihre Mutter gekümmert. Und dann um ihre Schwiegereltern und später ihre Schwägerin bei sich aufgenommen, als die nach der Flucht aus Gurs über die Schweiz zurückkehrte. Also sie hat wirklich sehr viel gemacht und hat eben noch Klavierunterricht gegeben. Warum sie errötet, warum sie schämt, liegt, denke ich, an dem Kontext, in dem sie deutlich spürt, diesen Frauen ist das nicht genug. Das liegt einerseits an den Fragen Teklas, die sie ja schon zuvor, denen sie sich hat stellen müssen und die ihr das deutlich zurückgespiegelt haben. Und es liegt auch an der Haltung von Elisabeth, der Malerin, mit der sie sich vor diesem gemeinsamen Abendessen auch schon ausgetauscht hat. Also sie weiß, in diesem Rahmen vor diesen Frauen wird sie damit nicht bestehen oder zumindest nicht glänzen können. Und auch das ärgert sie, weil es eben, ja, warum soll sie das ganze Leben infrage stellen? Aber das löst das in ihr aus. Und auf dem Spaziergang am nächsten Tag rechtfertigt sie sich auch und ihre Entscheidungen und findet dann eine ganz eigene Haltung und Antwort darauf. Das war mir sehr wichtig. Und was man vielleicht noch sagen kann zu dem Kontext, es ist Anfang der 60er Jahre und dann auch noch in London, wo zu der Zeit dann auch Frauen einfach schon sehr anders rumliefen, was Marianne sehr auffällt. Aber es passiert da eben auch sehr viel. Es ist gerade das Jahr, also zwei Monate vorher, vor Mariannes Besuch in London, ist Betty Friedan's Der Weiblichkeitswahn, The Feminine Mystique erschienen. Und das löst eine große Debatte aus mit dem Erscheinen, aber auch schon vor dem Erscheinen, wegen Vorabdrucken, die ja genau so ein Leben eben auch infrage stellen können, zumindest das Potenzial dazu haben. Ich muss nach dem Buch Betty Friedan's Nachfragen. Pardon. Ja, es ist eine amerikanische Schriftstellerin, die hat 1963, wie gesagt, dieses Buch veröffentlicht, hat während des Zweiten Weltkriegs als Reporterin gearbeitet und dann selbst Ende der 40er Jahre geheiratet, drei Kinder bekommen, hat auch weiterhin Artikel für Frauenzeitschriften veröffentlicht, aber ansonsten sich schon auch jedenfalls mehr als vor der Hochzeit auf diese häusliche Sphäre verlegt. Und in diesem Buch schreibt sie über das, was sie The Problem That Has No Name nennt, nämlich das Problem, dass, also sie empfindet das als Problem, dass so viele amerikanische Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg sich ganz oft die Rolle als Mutter und Ehefrau haben festlegen lassen und als Konsumentin und alles andere, alle eigenen Interessen, das, was wir heute Selbstverwirklichung nennen würden, davon zurückgedrängt wurde. Und darüber schreibt sie und sie empfindet es als, sie geht auf die Antworten anderer Frauen ein, auf die Erfahrungen anderer Frauen, schildert das als Unglück. Und dieses Buch wurde, ja, wurde wahnsinnig einflussreich, wurde groß rezipiert. Betty Friedan hat wahnsinnig viele Briefe zugeschickt bekommen, aber es war auch, ja, über die USA hinaus tatsächlich sehr wirkungsvoll. Was man auf jeden Fall in Ihrem Buch sieht, ist auch so ganz klein angedeutet, wie sich das dann auch schon auf das Leben der Londonerinnen ausgewirkt hat, also die Frauen in den kürzeren Röcken, dieses Swinging London, was ja dann schon ein ganz anderes Frauenbild propagiert hat und gelebt hat, als das, was Freelance noch kritisiert. Ja, ja, genau. Und dieses Buch wird, ihm wird immer wieder auch die Rolle zugeschrieben, dass es die zweite Frauenbewegung der 60er und 70er Jahre mit ausgelöst habe. Und ich kenne es nicht. Ist ja auch ein Bildungspodcast. Ja, für mich ist es das tatsächlich immer wieder. Wir könnten jetzt vielleicht ganz gut einen unmittelbaren Eindruck von Ihrem Roman bekommen. Sie waren einverstanden, dass Sie uns eine Stelle aus Eine liebe Frau vorlesen. Was müssen unsere Hörerinnen und Hörer vorab noch wissen? Vielleicht, dass es um eine Erinnerungsszene geht. Marianne, zweite Schwangerschaft im Ersten Weltkrieg. Es tritt auf Martha, das ist die Schwester ihres Mannes Paul, also Schwägerin. Wir haben dies gekommen, um ihr zu helfen und die Tochter Lilly, erstgeborene, ist noch ganz klein. Genau. Die Szene spielt 1917. Lilly ist 1916 geboren und Marianne ist wieder schwanger. Genau. Ich glaube, viel mehr muss man wahrscheinlich nicht wissen an der Stelle. Sie erinnerte sich an einen Vormittag im April. Sie waren gerade mit dem Frühstück fertig geworden, als Martha bereits begann, das Mittagessen vorzubereiten. Lilly spielte auf dem Boden vor dem Herd. Sie hätte der Schwägerin zur Hand gehen können, hätte sich zu Lilly setzen oder die Kacheln reinigen können, aber sie fühlte sich überflüssig neben dem eingespielten Paar, weinerlich, weil ihre Tochter sie wieder einmal zugunsten Marthas zurückgesetzt hatte und zog sich ins Nebenzimmer zurück. Zum ersten Mal seit Monaten setzte sie sich wieder an den Flügel. Ihre Finger waren schwach geworden, die Läufe gingen ihr nicht wie früher von der Hand. Trotzdem rührte der zweite Satz der Kriegsonate sie wie damals. Als sich das Kind in ihrem Bauch regte wie einst Lilly, konnte sie die Tränen nicht mehr zurückhalten. Das Gesicht ihres Vaters trat ihr vor Augen. Hatte er diese Sonate nicht immer besonders geliebt? Bald jährte sich sein Tod zum sechsten Mal. Und was war alles geschehen in diesen Jahren? Hans war tot, die Mutter schwach und sie selbst bald zweifache Mutter. Noch kurz vor seinem Tod hatte er ihr versprochen, immer für sie zu sorgen. Das war im Garten in Halle gewesen, irgendwann im Sommer 1911. Sie hatten zusammen in den Beten gekniet, als sie ihm von dem jungen Mann erzählte, den sie kurz zuvor kennengelernt hatte, von ihrer Angst, etwas falsch gemacht zu haben. Ob sie auf ihrer letzten Karte womöglich zu viel gesagt habe? Sie hatte sich Rat gewünscht, wollte dem Vater die Einzelheiten der letzten Begegnung schildern. Erst hat er gesagt, dann habe ich gesagt. Doch der Vater hatte sie unterbrochen. Der Richtige wird kommen und dann wird kein Wort zu viel sein. Wenige Wochen darauf war er gestorben, an einer läppischen, verschleppten Erkältung. Damals war ihr das Leben noch unbegrenzt erschienen. Jeder Tag wie eine neue Verheißung. Jetzt war all das vergangen und sie selbst, ob schon erst 27, eine alte Frau. Ich bin nicht mehr der Gleiche, hatte Paul auf einem seiner letzten Besucher wie zur Entschuldigung gesagt. Und sie hatte genickt, denn auch sie war nicht mehr die junge Frau, in die er sich im Winter 1913 verliebt hatte. Sie war müde und erschöpft und die Heiterkeit, die er so gemocht hatte, war versiegt. Wie in ihrer ersten Schwangerschaft spürte sie ein leises Entsetzen über die heftigen Tritte des Kindes in ihrem Bauch, das so ungeduldig auf das Leben zu warten schien. Als wollte sie das Kind ermahnen, verlangsamte sie ihr Spiel und schlug das Pianissimo noch leiser an als sonst. Das Räuspern Marthas riss sie aus den Gedanken. Sie stand im Türrahmen, das Kind auf dem Arm und lächelte. Erschrocken brach Marianne ab. Du bedauerst dich, Marianne. Nein, ich, auch wir Frauen müssen uns jetzt zusammenreißen. Natürlich, Paul braucht dich, vielleicht mehr denn je. Am liebsten hätte Marianne es ihr laut ins Gesicht gesagt. So war nicht die Abmachung. Doch die Scham über die eben entdeckte Schwäche brachte sie noch mehr zum Weinen. Du trägst die Verantwortung für seine Kinder. Natürlich, ich. Du spielst schön, aber das Kind ist jetzt wichtiger. Das Kind. Lilli braucht dich. Le lait et le coeur d'une maman ne se remplacent jamais. Martha hatte sich tatsächlich erdreistet, aus Pauls Briefen zu zitieren. Sei du nur jetzt stark und tapfer um deiner und unserer Kinder willen. Mehr kann ich jetzt nicht bitten. Vielleicht war das der Beginn allen Übels gewesen. Als Paul begonnen, hatte Briefe nicht mehr nur für sie, sondern auch für seine Eltern und seine Schwester zu schreiben. Immer in Zeitnot, die Briefe immer kürzer und austauschbarer. An dem siegreichen Ende kann niemand zweifeln, selbst wenn der italienische Bandit wirklich seine wohlverdienten Prügel abhaben will. Was scherten sie die Italiener? War Hans damals nicht sehr glücklich gewesen in Rom? Aber Martha hatte sich nicht beirren lassen. Sie hatte Marianne an die Pflicht der Heimatfront erinnert und ihr von dem Bekannten erzählt, dessen Beispiel sie schon mehrfach angeführt hatte. Immer habe sie sich an den Briefen des jungen Mannes erfreut, in denen er von seinem Schicksal an der Westfront erzählt hatte. Munter, trotz aller Sorgen, genügsam, tapfer, in größter Gefahr. Dann sei der Mann ins Lazarett gekommen. Die Wunde sei gut verheilt, trotzdem hätten seine Briefe plötzlich anders geklungen. Mürrisch, wehleidig, unzufrieden. Hätte er eine Verletzung davon getragen, die ihn für das Leben untauglich machte, sie hätte es verstanden. Aber nichts davon. Die Luft des Lazarets allein hatte die Seele des Mannes so verdorben. Solange man mitten in der Gefahr stehe, sei man dankbar für jeden neuen Morgen. Gehe es besser, habe man Zeit zu beobachten. Man fange an zu vergleichen und zu klagen. Doch man dürfe sich nicht gehen lassen. Gerade jetzt nicht. Auch unsere Pflichten wollen getan sein, Marianne. Ein paar Wochen lang hatte sie versucht, sich zusammenzureißen, auch nach Marthas Abreise. Hatte wieder ihre Spaziergänge durch den Botanischen Garten aufgenommen, das Kind im Wagen, den runden Bauch vor sich herschiebend. Sie erzählte Lilli, die begann alles mit einem lauten Da zu bezeichnen, vom Großvater und allem, was sie von seinen Geschichten vom Heiligen Römischen Reich in Erinnerung hatte. Manchmal müssten Reiche verteidigt werden, um fortzubestehen. Und wenn die Nachbarn drohten, das eigene Land zu zerstückeln, müsse man zu den Waffen greifen. Sie gratulierte Paul überschwänglich zu seiner Beförderung und unterzeichnete mit Frau Hauptmann. Sie schrieb vom nahen Sieg und las die Briefe wieder, in denen die Angehörigen Gefallener ihm für seine Anteilnahme gedankt hatten. Paul hatte ihr jeden einzelnen Brief weitergeleitet. Beim ersten Lesen hatten sie die vielen Namen von Müttern, die plötzlich kinderlos waren, und Frauen, die der Krieg zu Witwen gemacht hatte, schaudern lassen. Jetzt schrieb sie Paul, dass man im gemeinsamen Schmerz der Hinterbliebenen das große Ganze spüre. Für das Vaterland war kein Opfer sinnlos, und in der schweren Not wuchs man zu einem Volk zusammen. Doch die Hitze des Sommers machte sie müde und träge. Die Dachwohnung am Feuerschanzengraben heizte sich täglich auf und kühlte nur in der Nacht etwas herunter. Schon um acht Uhr früh musste man die Fenster und Vorhänge schließen, damit die heiße Luft nicht hereindrang. Lilly begann unleidig zu werden, wenn sie zu lang in der dunklen Wohnung waren, doch die Wassereinlagerungen machten Marianne das Laufen schwer. Ihre Mutter wollte helfen, aber der Arzt riet ab, die Hitze könne für Menschen ihres Alters lebensgefährlich sein. Marianne fühlte sich allein und litt unter den einfachsten Pflichten. Und wieder kehrte der Zweifel zurück. Vielen Dank. Was ich so interessant finde beim Lesen, es gibt ja eine ganze Reihe zeitlicher Schichten in Eine liebe Frau. Es gibt die gemeinsame Schulzeit mit Lotte, es gibt die beiden Weltkriege, die Zwischenkriegszeit. Es gibt eben Zeiten bis in die frühen 60er Jahre. Und es geht immer auch um Ereignisse, die nur in dieser jeweiligen Zeit passieren konnten. Also ganz klare geschichtliche Rückbezüge. Und gleichzeitig kann man diese ganzen Zeitbezüge wie so eine Folie abnehmen von der Geschichte oder lösen. Und dann geht es um Dinge, um die es auch heute noch geht oder auch heute noch gehen kann. Also um Konformitätsdruck, um Erwartungen aneinander, um die Frage, wie man sich selbst treu bleiben kann oder was es überhaupt heißt. Und wie dieser Anspruch, sich selbst treu zu bleiben in einer Partnerschaft, in einer Familie angesichts von Schicksalsschlägen, überhaupt wirkt. Was davon noch zu retten ist. Ist es Ihnen beim Schreiben darum explizit gegangen? War das eine Idee, die Sie durch das Buch transportieren wollten? Oder ist die einfach aufgetaucht beim Schreiben? Hat sie sich herausgearbeitet von allein? Der aktuelle Bezug, meinen Sie? Und diese Fragen? Diese Fragen, die eben über die aktuellen geschichtlichen Bezüge hinausgehen. Also diese Grundthemen, die auch sozusagen zeitlos sind. Also ich bin den Text nicht bewusst mit diesem Wunsch angegangen, aber es kam dann so beim Schreiben und am Ende ist es wahrscheinlich auch, macht es nur Sinn. Wir haben immer diese Vorstellung, ja irgendwie schon von einem linearen Zeitverlauf und irgendeiner Teleologie, irgendwas, was sich verändert hat. Und dann, ich habe es erwähnt, die zweite Frauenbewegung, davor gab es die erste und danach gab es alle möglichen Initiativen bis zur MeToo-Bewegung. Und jetzt sind wir hier und ähnlich auch mit anderen Debatten und Entwicklungen. Aber einerseits sind die Erfahrungen der Menschen, laufen natürlich selten so ab in diesen Linien. Auch wenn man genau hinguckt, laufen die Entwicklungen meist nicht so gerade ab. Und zugleich waren die Menschen natürlich auch nicht, also diese Fragen, die uns beschäftigen, haben, zumindest ist das meine Vorstellung und das, was ich von den Texten von anderen Zeiten weiß, in anderer Form ja auch diese Menschen umgetrieben. Und insofern ist das was, was beim Schreiben kam. Was ich aber schon sagen kann, ist, dass ich, ich habe die Quellen vorhin erwähnt und das sind nur Briefe meines Urgroßvaters an meine Urgroßmutter aus dem Ersten Weltkrieg. Der hat ihr jeden Tag geschrieben, also es sind wirklich sehr viele Briefe, aber fast jeden Tag. Aber ihre Briefe sind nicht erhalten. Und insofern ist die Frage, oder war vielleicht schon eine Frage, an die ich selbst an das Schreiben herangegangen bin, die, was das mit dieser Frau gemacht hat. Einerseits die Erfahrungen des Krieges, auch die Erfahrung, wie sich ihr Mann im Ersten Weltkrieg verändert hat und dadurch auch eine Nähe und Innigkeit, die die beiden hatten, nicht mehr möglich war. Aber auch, wie die Erfahrungen danach, wie sie die erlebt hat. Und eine Frage, die ich sehr spannend finde, immer wieder und auch auf andere Figuren, Personen, Kontexte bezogen, ist die, wie solche gesellschaftlichen Veränderungen, die ich gerade angesprochen habe, solche Entwicklungen sich eben dann für ein Individuum niederschlagen. Und deswegen eben auch diese Entscheidung, das Buch an einem Tag in London 1963 spielen zu lassen, um sie damit auch zu konfrontieren. Tatsächlich war sie in London, meine Urgroßmutter jetzt wieder, und hat diese Zeit auch erlebt. Aber mir das vorzustellen, was das ausgelöst haben könnte, das fand ich schon sehr interessant, ja. Lassen Sie uns kurz ein bisschen genauer über die Großeltern reden. Wir sind jetzt schon quasi mittendrin. Sie erwähnen sie auch explizit im Dank hinten. Da wird Anne-Marie und Paul Lenel gedankt, deren Brief und Aufzeichnung den Ausgangspunkt des Romans bilden. Wie sind Sie über diese Briefe gestolpert und wann war klar, mit dem Material muss ich was Fiktionales anfangen? Also gefunden haben wir die Briefe nach dem Tod meines Großvaters Ende 2016. Der ist mit 99 gestorben und die haben mich von Anfang an sehr fasziniert, diese Briefe. Ich wusste von denen nicht. Und ich habe mich zu Anfang aber ganz für diesen Urgroßvater interessiert, von dem ich immer wieder gehört hatte, aber im Grunde nicht mehr als diese Fotografie kannte und so ein paar immer gleichlautende Sätze. Und ja, diese Briefe haben mich fasziniert, weil man diese Veränderung von Paul im Krieg und durch die Erfahrung des Krieges da schon sehr sieht und auf eine Art, wie ich das so noch nicht gelesen hatte. Aber dann, und das hat auch ein bisschen gedauert, dann mehr und mehr wurde mir die Leerstelle der Gegenseite bewusst. Man kann aus den Briefen schon auch was erkennen. Oft bezieht er, von meiner Urgroßmutter oft bezieht er sich auf ihre Briefe, antwortet auf etwas, das sie ihm erzählt hat. Und sie hat sich auch manchmal beschwert, zum Beispiel über die Ermahnungen einer Freundin, dass sie eine noch bessere Mutter sein soll oder die Mutterrolle anders ausführen soll. Sie hat sich auch manchmal über die Schwägerin beschwert, die sie als ein bisschen übergriffig empfand. Das konnte ich nur aus seinen Antworten wieder darauf ablesen. Es gab auch manchmal Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden. Und dann hatte ich aber, ja, das Bedürfen ist, dieser Figur näher zu kommen. Und das konnte ich dann eben literarisch viel besser als geschichtswissenschaftlich, wo man ja immer mit Quellen eben arbeitet und leicht, ja, die Leerstellen auch reproduziert, weil man eben dann keine Quellen hat, kann man darüber nicht sprechen. Und ich glaube, dass es hier eben eine doppelte Lehrstelle ist. Denn einerseits habe ich nicht ihre Briefe. Ich habe andere Aufzeichnungen, die habe ich dann auch nach und nach gefunden. Besonders schön waren für mich Aufzeichnungen von 1907, 1908, als sie eben in der Haushaltsschule war in Langen. Vielleicht kommen wir darauf auch noch zu sprechen. Aber das ist die eine Lehrstelle. Ich habe nicht diese Aufzeichnungen aus dem Ersten Weltkrieg und auch nicht danach. Ich habe da noch ein paar Briefe an ihre Kinder später aus den 30er Jahren. Andererseits, und das ist die zweite Lehrstelle, denke ich, dass, wenn ich sie hätte, sie nicht von dem erzählen würden, von dem ich hier erzählen möchte. Denn es gab diese Erwartungen und Sagbarkeitsregeln und zumindest von den Briefen, die ich habe, an ihre Mutter aus Langen, von diesen Aufzeichnungen, aus den Briefen an die Kinder in den 30er Jahren, scheint Marianne, Anne-Marie eben in Wirklichkeit das Vorbild, sich auch sehr an diese Sagbarkeitsregeln gehalten zu haben. Diese Aufzeichnungen von 1907, 1908, jetzt erwähne ich sie doch schon, sind interessant, weil sie sich da immer wieder selbst ermahnt, ein noch besserer Mensch werden zu wollen, ein noch selbstloser, noch lieber. Sie denkt an die Eltern, denen sie eine Torte zum Hochzeitstag backt und wie diese Torte sein soll und so weiter. Und dazwischen sind aber einzelne Sätze, in denen sie von ihrem Traum nach einerseits, das nennt sie wahrer musikalischer Arbeit, nach dem Vorbild Clara Schumanns schreibt. An einer anderen Stelle schreibt sie von einem Bekannten, den sie wohl gemocht hat und der ihr erzählt hat, dass er auf eine Burg fährt und sich ganz in Bücher vertieft. Und sie schreibt, wie sie davon träumt, sich einfach mit einem Buch hinsetzen zu können, zurückziehen zu können. Und eben auch diesen Satz, den ich im Nachwort oder den Halbsatz, den ich im Dank, ist es ja eigentlich, erwähne, dass sie die Liebenswürdigkeit herzlich müd sei. Aber das sind wirklich nur einzelne Sätze und dazwischen ermahnt sie sich, lieber werden zu wollen. Ich habe den Titel gewählt, weil das die drei Worte waren, die mein Großvater über meine Urgroßmutter, also seine Mutter, zu sagen wusste, nämlich, dass sie eine liebe Frau war. Das war alles, was zu ihr einfiel. Und mir geht es eben um das, was sie auch war, auch noch war. Es gibt eine ganze Reihe von Punkten, auf die wir gleich noch mit Nachfragen eingehen werden, die Sie gerade gesagt haben, die Veränderung des Tonfalls, ihr Hauptberuf als Juniorprofessorin am Historischen Institut in der Uni Duisburg-Essen. Sie haben erwähnt, dass Marianne die Vorlage oder das Vorbild für Marianne oder die Lehrstelle für Marianne, Annemarie hieß, wohingegen Paul im Buch auch Paul geblieben ist. Was steckt hinter der Entscheidung, den Namen ihrer Heldin, der Hauptfigur, zu ändern? Ich glaube, ich hatte an einem Punkt das Gefühl, dass ich ihr einerseits so nahe komme, dieser Figur, dass es irgendwie unredlich wäre, ich weiß nicht genau, aber den richtigen Namen zu verwenden. Und andererseits, dass sie sich ja auch, weil eben eine Figur ja eben auch ihr eigenes, ihr Eigenleben dann annimmt, dass sie sich mit Sicherheit auch verändert hat beim Schreiben oder meine Vorstellung von dieser Frau hat sich auch beim Schreiben verändert. Und deswegen schien es mir angemessener, den Namen etwas umzudrehen. Das fand ich eine schöne Erfahrung, wie so eine Figur anfängt zu leben und sich eben zu lösen von dem, was man weiß. Haben Sie sie beim Schreiben umbenannt? Ja, sie hieß erst Anna-Marie und dann beim Schreiben. Ich habe dann irgendwann auch, das erzählen bestimmt oft Autorinnen und Autoren, ich habe dann auch irgendwann angefangen von ihr zu träumen und in einem Traum war sie völlig anders, als ich sie mir vorgestellt hatte. Und ich erkannte sie nur an ihrer Handschrift. Das ist ja toll. Ja, und insofern hat mich das Schreiben da eben auch korrigiert oder zu anderem geführt, als ich es vorher gedacht hätte. An einer Stelle sehen wir ihre Urgroßeltern, ihre richtigen Urgroßeltern im Buch, nämlich ein Foto, was vor den Dank gelegt ist. Und sie sehen sehr schick darauf aus, wie man das so gemacht hat, wenn man für Porträts sich hat aufnehmen lassen vor dem Wald. Eher in so einem Gerock mit weißem Hemd und sie in so einem ganz schicken, etwas asymmetrisch geschnittenen Mantel mit Hut und Schleier und Handschuhen. Was können Sie uns über das Bild verraten? Ja, das Bild ist Teil eines kleinen Albums, das sie damals für Pauls Eltern angefertigt haben. Das Bild ist in Göttingen entstanden und die Eltern von Paul lebten in Freiburg. Und das war offenbar ihr Verlobungsalbum. Und in diesem Album sind noch andere Bilder erhalten von den beiden, wo sie auch den Moment der Verlobung auf eine ironische Art und Weise nachspielen. Also er geht auf die Knie und sie guckt erst weg und lässt sich dann doch erweichen. Und ja, aus diesem Album stammt auch das Bild. Sie sind, wie erwähnt, Historikerin, Juniorprofessorin an der Uni Duisburg. Das ist vielleicht eine schwierige Frage, weil Ihnen der Vergleich fehlt. Also Sie können gar nicht literarisch schreiben, ohne Historikerin zu sein. Aber ich habe mich trotzdem gefragt und frage Sie das jetzt einfach. Macht es das Schreiben, das literarische Schreiben in diesem Zusammenhang mit diesem Stoff einfacher oder macht es das schwieriger, gleichzeitig das Rüstzeug, das Wissen, die Schreibroutinen der Historikerin noch mit dabei zu haben? Ja, Sie haben recht. Ich kann es ja nicht vergleichen. Ich kann nur sagen, dass es für mich dieses Rüstzeug oder die Methodik, die Herangehensweise bestimmt auch in vielerlei Hinsicht anregend war und einen wichtigen Ausgangspunkt für mich dargestellt hat. Also eben die Begeisterung für die Quellen und die Neugierde auf diese Zeit, aber auch die Praktiken der Recherche, die man so auch als Historikerin macht. Dass es dann aber eben doch sich auch entfernt davon und ich mich da dann, ja, auch nicht davon, also ich habe das ja schon gesagt, dass ich das dann auch als eine Befreiung empfunden habe, da mich diesem Stoff eben literarisch nähern zu können und dass mir auch nur das ermöglicht hat, diesen Figuren auf die Art nahe zu kommen. Und insofern ist es dann auch in den Hintergrund getreten. Ich denke manchmal darüber nach, wie eigentlich man sich dem als Historikerin noch nähern könnte. Und es gibt in der Geschichtswissenschaft auch Debatten über, man muss allerdings sagen, von auch vor allem aus der Literaturwissenschaft angeregt. Zum Beispiel gibt es eine Debatte über Critical Fabulation. Das ist ein Begriff einer amerikanischen Literaturwissenschaftlerin, der genau, also ein Ansatz, der genau darauf abzielt, solche Leerstellen oder das, was die Autorin Saidiya Hartmann The Violence of the Archives nennt, ja, mit denen umzugehen, dem was entgegenzusetzen. Da gibt es schon Ansätze auch und da wird darüber nachgedacht. Aber das wird auch nur sehr wenig gemacht. Und für mich eben hier war es produktiver. Ich sage, ich denke darüber nach, weil dieses Reproduzieren von damaligen Sichtweisen oder Leerstellen eben schon eine Gefahr ist. Und das ist gerade bei der Rolle als Künstlerin, glaube ich, eine große Gefahr. Aber es gibt zum Beispiel ein Buch von einem Kunsthistoriker von 1928, Hans Hildebrandt, ein Buch, die Frau als Künstlerin, was damals sehr erfolgreich war und auch von Frauen sehr positiv wahrgenommen wurde. Und darin, er war selbst mit einer Künstlerin verheiratet und hat sich darin sehr intensiv mit Künstlerinnen seiner Zeit auseinandergesetzt, hat auch umfassende Korrespondenzen geführt mit Künstlerinnen. Er hat die Arbeit schon sehr ernst genommen. Er hat auch gemerkt, dass da ein Wandel gerade stattfindet. Und trotzdem hat er Frauen die wirkliche künstlerische Genialität abgesprochen und hat geschrieben, Frauen können auch Genialität haben, aber auf anderem Gebiet als Männer, nämlich im Leben und in der Liebe. Und sie haben eine Genialität des Bezauberns. Und dieses Bezaubernd sein wollen, dieses lieb sein wollen, was ja auch meine Figur umtreibt, das, glaube ich, war schon sehr mächtig. Und insofern wäre da einfach meine, oder wüsste ich nicht genau, wie man diesen Figuren trotzdem nahe kommt, die natürlich auch, so wie die Zeitgenossen, auch viel mehr gewesen sein müssen als das, wie ich eben diese Seiten hervorbringe. Das war mir literarisch viel leichter, als es geschichtswissenschaftlich gewesen wäre. Und literarisch treten dann Charakterzüge oder Gefühle dieser Figuren ihnen entgegen beim Schreiben, uns entgegen beim Lesen, wie eben die Wut oder die Verzweiflung oder die Trauer, die Marianne beim Spielen dieser Kriegsonate überkommt. Also es ist ja gleichzeitig ein ganz glücklicher Moment. Die Tochter ist gut aufgehoben, sie hat einen Moment für sich alleine, es wächst ein zweites Kind in ihrem Bauch heran und dann überkommt sie die Trauer. Und diese Gefühle, zu denen kriegen sie Kontakt durchs Schreiben. Und aus den Archiven haben wir diesen Kontakt eben durch diesen doppelten Filter, dessen, dass etwas nicht notiert ist und dessen, dass etwas, wenn es doch notiert wird, erwartungsgemäß notiert wird. Also dieser Konformitätsdruck dann doch wieder. Genau. Und diesen Druck, damit setzt sie sich ja auch auseinander, wenn wir dann, es spielt ja eben 1963, aber in ihrer Erinnerung, erfahren wir auch von diesem inneren Zwiespalt, weil sie einerseits da Gefühle hat, aber zugleich auch weiß, dass die überhaupt nicht angemessen sind, weil andere viel mehr leiden. Und Paul eben immer weiter durchhält, obwohl es erst viel schwerer hat. Und genau, also insofern, sie hat, meine Figur, hat diese Gefühle, aber es fällt ihr schwer, auch diese Gefühle zu äußern. Sie hadert da mit sich selbst. Und dann ist es eben nochmal der Blick von 1963 auf diese Gefühle, was mir erlaubt hat, eben diese verschiedenen Zeitebenen, Erfahrungen, Entwicklungen eben zusammenzubringen. Kommen wir kurz nochmal auf Paul. Den haben wir ja schon nur über seine Briefe natürlich in der Lesestelle gerade gehört. Und ich fand die Figur sehr interessant, weil zum einen in diesen Briefen von ihm rauskommt, was die Traumatisierung an der Front mit ihm macht, was er als Soldater erlebt und wie er immer härter wird. Und gleichzeitig der Fakt, dass Paul aus dieser jüdischen Familie stammt und sich eben für den Dienst fürs Vaterland freiwillig gemeldet hat und damit auch so ein Bekenntnis ablegen wollte zum Vaterland als Jude. Können Sie da so ein bisschen den biografischen Kontext vielleicht nochmal einordnen zu Ihrem Großvater und aber auch den historischen Kontext? Weil ich glaube, das sind wirklich die Figuren, die sehr selten in der Literatur vorkommen, die dann so einen Zwiespalt eigentlich haben. Und es geht ja dann, setzt sich ja in der nächsten Generation dann noch fort eigentlich, wo, wenn der Zweite Weltkrieg losgeht und der Antisemitismus losgeht. Ja, sehr gerne. Also Paul ist zum Kriegsbeginn Privatdozent und Marianne erlebt ihn als einen sehr liebevollen, zärtlichen Mann, mit dem sie sich über Literatur, auch über Musik austauschen kann. Und das setzt sich auch fort noch in den ersten Monaten des Krieges. Also er liest weiterhin, das stimmt auch für das wirkliche Vorbild, er lässt sich ständig Bücher schicken und braucht neue Literatur und schreibt auch darüber und über seine Leseeindrücke. Und auch meine beiden Figuren, Marianne und Paul, haben da einen wirklich intensiven Austausch. Und er ist auch, ja, er fragt eben auch nach ihr, es interessiert sich für sie, sie haben es ganz am Anfang gesagt, wie er sie auch unterstützen will. Und dann hat er aber diese jüdische Herkunft, die ihn dazu bringt, dass er noch viel mehr als vermutlich ohne die jüdische Herkunft beweisen will, wie patriotisch er ist, wie opferbereit. Und der historische Hintergrund, nachdem sie gefragt haben, ja, ist der eines großen Antisemitismus zu der Zeit, der auch im Ersten Weltkrieg sich noch steigerte, weil er vermutlich vor dem Hintergrund der Enttäuschungen, dass der Krieg nicht so lief wie geplant, ja, war der Antisemitismus irgendwie willkommen. Da konnte man das dann darauf schieben. Da gab es dieses Klischee vom jüdischen Drückeberger. Es gab im Herbst 1916 eine, in Anführungszeichen, Judenzählung, eine Erhebung, um zu schauen, wie hoch der Anteil von jüdischen Deutschen an den Soldaten waren. Und der Hintergrund war eben dieses Vorurteil, dass der nicht so hoch sei, dass sie sich also drücken würden vor dem Militärdienst. Und dieser, ja, meine Figur Paul wird auch das alles gespürt haben. Und seine Härte gegen sich selbst ist auch vor diesem Hintergrund zu verstehen. Das heißt, auch er ist sehr von Erwartungen, da sind natürlich auch Geschlechterbilder geprägt und beengt, genauso wie die Frauen, die in dem Roman vorkommen. Ja. Und es setzt sich dann ja auf eine ganz schreckliche Weise fort, nämlich in der Vermutung, in der Hoffnung jüdischer Veteranen des Ersten Weltkriegs, aber auch der Angehörigen dieser Veteranen oder der Angehörigen Gefallener, jüdischer Gefallener, dass sie von der nationalsozialistischen Verfolgung eben wegen dieses, wieder das Wort Dienst am Vaterland oder fürs Vaterland, dass sie von dieser Verfolgung ausgenommen sind, dass man für sie eine Ausnahme macht. Das ist eine Hoffnung, der sich auch Lottes Eltern hingeben, Lottes Familie hingibt. Und das ist eine, war das ein schrecklicher Irrtum? War das ein falsches Versprechen? War das eine Falle? Was weiß man historisch darüber? Ja, das ist genau. Also auch Pauls Eltern geben sich ja dieser Hoffnung hin. Und es war eine Hoffnung, die am Anfang genährt wurde durch Aussagen. Es schien am Anfang so und darauf stützten die sich. Es war unvorstellbar, dass vor dem Hintergrund dieses Blutzolz, wie es genannt wurde, jüdische Deutsche jetzt verfolgt werden würden und eben diese Angehörigen Gefallener. Genau, das ist der historische Hintergrund. Dazu gab es Aussagen und die erwiesen sich dann als falsch und wurden geändert. Aber es ist natürlich ein langer Hintergrund. Es gab immer die Hoffnung, die war im Ersten Weltkrieg, die war davor präsent bei jüdischen Deutschen, dass sie durch diesen Einsatz, durch ihre Liebe zum Vaterland, doch endlich auch dazugehören müssten, die sich dann immer wieder als falsch erwies. Zugehörigkeit, das dazugehören wollen, aber dann im Londoner Exil, auch für diese Gruppe, in die Marianne gerät, die sie kennenlernt, das nicht dazugehören müssen oder das nicht dazugehören, das ist so ein weiterer großer Themenstrang, der sich durch das Buch zieht. Ist das nicht angelegt oder auch diesmal so ähnlich wie diese Konformitätsdrucksgeschichte, etwas, was sich erst beim Schreiben zeigte, bei ihrem Schreiben zeigte? Na, beides vielleicht, wobei ich mit dem Wort angelegt mich vielleicht schwer tun würde, weil es geschieht ja auch irgendwie sehr gleichzeitig, das, wie man sowas konzipiert und dann das Schreiben und dabei verändert es sich und so richtig ein Konzipieren, ja, es sind erstmal Ideen und eben vage Figuren und dann nimmt sowas mehr und mehr Gestalt an. Aber die Frage, wie dieses Leben im Exil erlebt wurde von manchen, eben als ein Tekla, die Gastgeberin, schildert ja auch dieses Gefühl eines großen Verlusts und wie sie und ihr Mann dieser Heimat, obwohl eben schrecklich aus ihr vertrieben, aber trotzdem ihr sehr lange nachtrauern und die Gerichte von dort machen und sich ja nur von Sehnsucht eigentlich nach dieser Heimat geprägt sind. Und dass dann da aber auch Raum kommt für was anderes so, das schien mir schon plausibel und auch interessant. Und der Hintergrund ist eben auch für Tekla jetzt, die Cousine Pauls, ein bisschen auch für Elisabeth, dass sie sich eben auch mit dieser unbedingten Anpassung, diesem Druck dazugehören zu müssen und es nie ganz so anerkannt zu werden, damit eben davor sehr auseinandersetzen mussten. Und insofern da auch ein bisschen das auch als eine Befreiung dann erleben, nach und nach, dieses Leben in London. Befreiung ist ein gutes Stichwort für die letzte Frage, die sich nochmal um Annemarie drehen soll. Am Ende findet die Figur im Buch ihren Weg und ist fähig, das zu tun, wozu sie imstande war, so heißt es am Ende. Wie war das mit ihrer Urgroßmutter? Hat die am Ende angefangen zu schreiben? War sie irgendwie künstlerisch nochmal tätig? Nein, sie hat Klavier gespielt, das immer. Also sie hat begleitet, sie hat Klavierunterricht gegeben, das habe ich schon gesagt. Sie hat begleitet. Ich habe versucht, an diese Rundfunkaufnahmen dranzukommen, aber es ist mir leider nicht gelungen. Ich weiß von denen also nur aus historischen Zeitungen. Geschrieben hat sie nicht. Für mich war das aber ein sehr wichtiger Schritt am Ende. Und ich habe darüber nachgedacht, warum eigentlich, warum sie dazu was anderem nochmal findet als zu der Musik. Und einerseits ist ja das Schreiben und Erzählen schon auch ihr Zugang zur Musik schon davor. Sie erinnert sich, wie sie noch vor der Zeit in Langen auf der Haushaltsschule mit ihrer Mutter, also lange davor mit ihrer Mutter am Flügel saß und sich Geschichten beim Spielen ausdachte. Dramatische Geschichten von Liebe und Leidenschaft, die mit ihrer Wirklichkeit wenig zu tun hatten. Aber insofern ist das schon was, was sie schon sehr früh ja auch zur Musik trägt und was sie trägt und als Kunstform ermöglicht es ihr nochmal ja eben diese Zeiten zusammenzubringen. Das würde ich auch selber sagen übers Schreiben, dass das eben eine Kunstform ist, die einem das ermöglicht, so diese Präsenz von so vielen Zeiten und die Verschränkung so auszudrücken. Und das ermöglicht ihr, diese Personen aus der Vergangenheit, mit denen sie da im ständigen Austausch steht, an diesem Tag in London auch auf eine gewisse Art und Weise wiederzubeleben. Es gibt so einen schönen Satz von Jules Michelet, einem französischen Historiker, wobei der geschrieben hat mit ganz anderen Ansätzen als die Geschichtswissenschaft heute. Und der Satz ist sinngemäß, lässt er sich so übersetzen. Jemand, der die Toten liebt, ist jemand, der für sie die Worte findet und ihnen die Worte sagt, die sie selbst nie gefunden hätten. Und das ist einerseits, trifft es schon auch auf meine Motivation beim Schreiben zu, aber eben auch auf Marianne, die im Schreiben dann zu den Figuren auf so eine Art und Weise findet, zu den Personen, die in ihrem Leben wichtig waren. Eine liebe Frau von Letizia Lehnel wird demnächst im frisch gegründeten Gutkind-Verlag erscheinen, hat 160 Seiten und kostet 24 Euro. Und wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Letizia Lehnel. Vielen Dank Ihnen für die schönen Fragen. Und jetzt, wie versprochen, ein neues Literaturrätsel von Tilman Spreckelsen. Friedhoff liest Ihnen das gleich vor, liebe Hörerin, lieber Hörer. Und Sie können ein Buch dabei gewinnen. Alles, was Sie tun müssen, ist zuhören und darauf kommen, welche Nebenfigur diesmal aus einem Werk erzählt, das man kennen kann. Aber wie das mit Nebenfiguren nun mal so ist, Sie können das ganze Buch, die ganze Geschichte vielleicht nicht überblicken. Zweierlei brauchen Sie also zur richtigen Lösung, den Namen der Figur und den Titel des Werks. Wie immer verlosen wir unter den richtigen Einsendungen ein Buch aus der anderen Bibliothek. Das stellen wir nach dem Rätsel kurz vor. Im Mai-Rätsel haben wir Käthe von Selentien aus Irrungen, Wirrungen von Theodor Fontane gehört. Und verlost haben wir unter den richtigen Einsendungen ein Exemplar von Shashi Tharoos Buch Zeit der Finsternis über das britische Empire in Indien. Gewonnen hat Ricarda Scheuer aus Celle. Herzlichen Glückwunsch. Und diesmal vielleicht ja Sie. Machen Sie mit, um welches Werk und welche Figur soll es im Juni 2024 gehen? Hätte ich es wissen können? Etwas merken? Argwohn schöpfen? Ihr Ansehen, dass etwas nicht mit ihr stimmte? Wahrscheinlich schon. Aber wenn sie mir erzählte, was sie sah, dann klang das alles immer so, so überzeugend und unheimlich zugleich. Die Frau sah, was jedenfalls ich nicht sehen konnte und die armen Kinder ganz sicher auch nicht. Heute weiß ich das. Heute. Also zu spät. Unser junger Herr könnte noch am Leben sein, wenn ich mich nicht von ihrer Nervosität hätte anstecken lassen, ihrer Aufgeregtheit, ihrer Blindheit, mit der sie alles wegschob, was nicht in ihr Weltbild passte. Ausbaden mussten es die Kinder. Dabei waren sie anfangs so begeistert von ihrer neuen Lehrerin. Klug und schön waren sie beide, auch bereitwillig im Unterricht und auf den Spaziergängen durch das Anwesen. Als es dann anfing mit den Trugbildern, weiß der Himmel, woher sie die hatte, konnten sie sich nicht gegen den Wahn ihrer Lehrerin wehren. Angefleht habe ich sie, doch endlich unserem Herrn zu schreiben. Er hätte die Situation mit einem Machtwort bereinigen können. Sie tat es nicht. An dem, was dann geschah, trägt sie die Schuld allein. Haben Sie eine Idee, eine Ahnung, wem wir da gerade zugehört haben? Kann der Griff in den Bücherschrank Ihre Ahnung vielleicht sogar bestätigen? Dann gehen Sie im Internet auf die Seite www.faz.net slash Literaturrätsel, Rätsel mit AE und tragen Sie dort bis zum 7. Juli 2024 Ihre Lösung ein. Auf der Seite www.faz.net slash Literaturrätsel finden Sie auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu gewinnen gibt es diesmal beim Literaturrätsel aus dem Juni 2024 ein Buch, das ganz gut zu Eine liebe Frau von Letizia Lehnel passt. Die Pariser Jahre ist eine gerade veröffentlichte Auswahl aus Thea Sternheims Tagebüchern der Jahre 1932 bis 1949. Es geht um das Leben und Überleben in schweren Zeiten, um die Begegnung mit großen Persönlichkeiten und das Ringen um Selbstständigkeit. Die Pariser Jahre ist gerade erst in der ehrwürdigen Anderen Bibliothek erschienen. Tausend Dank auch für diesen Preis. Sie wollen uns schreiben, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nachfragen, Anmerkungen, Beschwerden oder loblos werden? bücher-podcast.faz.de Bücher mit UE heißt die gemeinsame E-Mail-Adresse für uns vier vom Bücher-Podcast der FAZ für Kai Spanke, Paul Ingendei, Maria Wiesner und mich. Und falls Sie Instagram nutzen, dort finden Sie uns als Der Juni hat wieder fünf Sonntage und damit Platz für eine Sonderfolge. Diesmal über Kinder- und Jugendbücher am 30. Uns beide, Maria Wiesner und Friedhoff Küchemann, hören Sie, wenn nichts dazwischenkommt, wieder am 28. Juli. Für diesmal sagen wir besten Dank, David Brucklacher und Kevin Gremmel für die Produktion und Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, fürs Zuhören. Bis dann. 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 Bis dann.